Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago-Video zu den GeoGebra-Befehlen. Wir schauen uns hier den Befehl hypergeometrisch an. Der Befehl hypergeometrisch, wie der Name schon sagt, berechnet eben nichts anderes als eine hypergeometrische Wahrscheinlichkeit. Natürlich habt ihr die hypergeometrische Wahrscheinlichkeit auch direkt im Wahrscheinlichkeitsrechner, ist wahrscheinlich auch übersichtlicher dort. Nichtsdestotrotz möchte ich euch den Befehl auch kurz präsentieren. Wenn wir jetzt hier hypergeometrisch auswählen, dann haben wir hier mehrere Parameter, die wir eingeben müssen, nämlich die Größe der Grundgesamtheit. Das heißt, es sind alle, die sozusagen zur Verfügung stehen, dann die Anzahl der möglichen Erfolge. Das sind dann die günstigen Fälle, sozusagen dann Stichprobenumfang und dann wie viele von den günstigen Fällen innerhalb der Stichprobe vorkommen sollen. Und dann haben wir hier auch nochmal den Wahrheitswert dieser Verteilungsfunktion. Da geht es jetzt im Prinzip nur darum, wenn sie False eingibt, dann wird für ein einzelnes Ereignis sozusagen die Wahrscheinlichkeit berechnet. Währenddessen, wenn wir True eingeben, berechnen wir uns die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis, das eben höchstens diesen Wert annehmen kann. Wenn wir das an einem klassischen Beispiel für die Hypergeometrie zeigen wollen, dann hätten wir jetzt hier zum Beispiel eben Lotto 6 aus 45. Da hätten wir eben eine Grundgesamtheit von 45 Kugeln. Anzahl möglicher Erfolge wäre dann hier in dem Fall eben 6, weil es eben nur 6 günstige Zahlen gibt, die gezogen werden. Wir haben einen Stichprobenumfang, das ist eben auch 6, weil eben 6 Zahlen gezogen werden. Eben deshalb sind ja auch 6 günstige dabei. Und sagen wir, wir wollen jetzt hier die Wahrscheinlichkeit uns ausrechnen, dass wir genau einen 3er erwischen beim Lotto. Also, fangen wir mal klein an sozusagen. Und dann, nachdem wir genau für eine 3er sozusagen die Wahrscheinlichkeit haben wollen, müssen wir jetzt hier einfach hergehen und sagen, wir wollen natürlich das Ganze False haben, weil wir eben für genau die Wahrscheinlichkeit eines 3er sozusagen uns ausrechnen wollen. Das wäre dann hier, wenn wir das ausrechnen, kommt ein hübscher Bruch raus. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, wir wollen es eher in der Dezimalzahl haben. Das heißt, wir werden das hier so ausrechnen. Das heißt, selbst die Wahrscheinlichkeit für einen 3er ist gerade einmal bei 2,2%. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir wollen uns die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass wir höchstens 4 richtige Zahlen haben zum Beispiel, dann könnten wir eben wieder hier den Befehl über geometrisch eingeben und haben hier wieder 45, 6 mögliche. Dann haben wir auch, unser Stichprobenumfang ist 6 und wir wollen jetzt 4 haben. Und aufgrund dessen, dass wir jetzt höchstens 4 richtige haben wollen, für das höchstens müsste man jetzt hier eben True eingeben. Und somit erhält man hier die Wahrscheinlichkeit, dass wir höchstens 4 richtige haben. Die liegt schon bei 99,997%. Ihr seht schon, es ist verdammt unwahrscheinlich, einen 6er zu erzielen. Nichtsdestotrotz möchte ich euch diese Wahrscheinlichkeit auch nicht vorenthalten. Dass wir eben einen 6er beim Lotto erzielen, liegt dann hier bei 45 Zahlen natürlich wieder. Wir haben 6 mögliche Fälle, wir ziehen 6 Zahlen, wir wollen alle 6 richtig haben und das Ganze werden wir jetzt mit False natürlich wieder eingeben, weil wir wollen ja genau 6 richtige haben, nicht höchstens 6 richtige. Höchstens 6 richtige wäre die Wahrscheinlichkeit 100%. Aber für genau 6 richtige liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1,22774 mal 10 hoch minus 7. Das heißt, das ist eine Zahl mit 0,00000122. Das heißt, selbst wenn man das in Prozent angibt, haben wir noch immer 0,00000122%. Das ist verdammt gering und deshalb müssen wir alle miteinander brav eher was lernen, einen Beruf ausüben und so unser Geld verdienen, weil aufs Lotto kann man leider nicht unbedingt jetzt darauf hoffen, dass man den 6er knackt. Das war es zum Befehl hypergeometrisch. Ich hoffe, ihr habt einige Einblicke machen können. Wie gesagt, das Ganze gibt es auch im Wahrscheinlichkeitsrechner, ist hier in dem Fall auch, glaube ich, um einiges schneller und leichter zu lösen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt den Befehl hypergeometrisch. Das heißt, wenn jemand gerne im Text, im CAS sozusagen, lieber arbeitet, kann man eben auch hier damit arbeiten. Das war es auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video wiedersehen.